So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamseserDigger, eine neue Folge Maxout Monday am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich möchte jetzt ganz kurz einen Titel Pokémon Maxen, was ich mir selber ausgesucht habe, passend zu Weihnachten und passend, weil es der letzte Raid-Boss war, der da war. Und dann werden wir wieder fünf Vorschläge aus der Community Maxen. Ihr müsst ja immer Vorschläge machen unter dem aktuellen Video, dass ich die Woche drauf mich auf das Video beziehe, also wer das nicht kennt. Wenn ich ein 100% habe und genügend XL von den Sachen, die ihr vorschlagt zu Maxen, dann Maxen wir das immer am Montag. So, momentan ist Kiyurum in den Raids. Davor war Cobalium drin, davor war Terrakium drin, davor war Viridium drin. Ich habe es jetzt endlich geschafft, alle drei Ritter der Rätlichkeit in 100% zu haben und auch genügend XL. Weil da der letzte aber, der da war, jetzt Cobalium war. Cobalium war ganz chillig für mich, denn ich habe schon ein altes 100%iges Cobalium hier vom 19.11.2019 gehabt. Und hier am 23.11.2019 kam noch eins dazu. Das, gefangen in Budapest, das, durch Tausch erhalten. Das ist also bei einem Random Trade einfach ein 100er geworden. Ihr müsst nicht immer garantierte Glückstrades machen. Ihr könnt auch normal euren Spezialtausch, wenn ihr keinen Glücksfreund habt, mit einem Legendären machen, was ihr gut findet. Mit etwas Glück kommt da trotzdem immer mal ein 100er raus. Das also Cobalium ist auch auf Best Buddy hier. Best Buddy Badge hat es dran. Zack, da habe ich für eine Aufgabe schon mal irgendeinen Push gemacht, glaube ich. Denn das hat jetzt nicht mehr 296 XL gebraucht, nur noch 244. Und kommt maximal auf 3417 WP. Ob das Ding jetzt nützlich ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir machen jetzt einfach mal hier den Tag Level 50 dran. Dann hat er hier Zen-Kopfstoß und Eisenschädel. Da wird wahrscheinlich wieder der Benjamin sagen, ey, mach da mal hier eine andere Attacke, weil das ist doch eigentlich Stahl und Kampf. Wir können ja mal einfach mal eine Sofort-TM anwenden und lassen jetzt einfach Doppelkick-Eisenschädel. Dann hat es wenigstens zwei Moves, die auch dem Typ entsprechen. Das war mein Pokémon, das war mein Titel Pokémon, was ich unbedingt maxen wollte. Und ja, demnächst müssen wir also noch Viridio maxen, damit ihr das auch mal seht. Dürft aber genau auf dieselben WP kommen. Gehen wir jetzt raus, gehen auf eure Vorschläge. Und am letzten Video, hier steht 18 Kommentare, das ist nicht so viel. Mal gucken, wie viel jetzt hier passt. Der Niklas Mann hat geschrieben, Krebutag, Meistergriff, Zablarang. Zablarang, Zablarang, ist glaube ich das seltenste. Zab, Zablarang. Haben wir zwar 100, aber die XL fehlen. Meistergriff, habe ich keinen 100er, weiß ich so schon. Krebutag, schauen wir mal nach, Krebutag. Ob wir da schon eins gemaxed haben, haben wir noch nicht. Haben aber auch nicht genügend XL Bonbons. Äh, Bonbons, pardon. So, da hat es geknallt und geschossen. Gehen wir mal zu Balou. Toheido, Glumander, Quiegel, Bisasam, Bumelz. Schauen wir mal fix nach Toheido. To, ich muss immer hier die Entwicklungsstufen auch mit anzeigen. Denn falls ein Toheido, habe ich so falsch geschrieben, falls ein Toheido gemaxed ist, würde ich natürlich dann die Vorstufe maxen. Haben wir ja letztens eingeführt, damit nicht so viele Vorschläge ins Leere gehen. Toheido habe ich leider auch, nur 197. XL würde also nicht reichen, der braucht auch 296. Ich kann auch nur 51 umsetzen, das wird nix. Glumander, Quiegel, Bisasam, Bumelz. Ich glaube, unter den Dingern würde ich jetzt erstmal auf Bumelz gehen. Dann haben wir nämlich hier dieses Letterking gemaxed. Wir haben ein Mundtier gemaxed. Und wir können auch dieses Bumelz maxen. Und dann ist wenigstens die Bumelz-Familie komplett gemaxed. Und damit ein Vorschlag von Balou erfolgreich eingelöst. Es bleiben noch vier Vorschläge von der Community übrig. Ich schreibe ja auch Level 50 dran. Ein Bumelz zu maxen. Manche finden schon, Letterking zu maxen ist komplett sinnlos. Und deswegen maxen wir halt auch einfach noch ein Bumelz. Ist aber ein cooles Pokémon. Passt zu den Weihnachtstagen. So geht es mir nämlich jetzt nach dem Gulasch zum Mittag. Sehe ich auch so aus und fühle mich so. Also, perfektes Pokémon. Vier Vorschläge noch übrig. Deku schreibt, meine Vorschläge wären Fernondor, Fasernub oder Geladvino. Wir haben einen Fernondor gemaxed, was wir auch zu einem Mega entwickelt haben. Frostetje ist auch gemaxed. Das heißt, lasst uns froh und mundes sein und einfach ein Schnäpp gemaxen. Dann ist diese Familie auch komplett vollständig. Schnäppke auf 1004 WP. Dieses 100 können wir mal wegmachen. So, dass man das auch sieht. So, Pupsi, wie viele Vorschläge sind noch übrig? Ich habe doch gesagt, ich bin nur körperlich anwesend. Eins, zwei, drei. Genau, drei Vorschläge sind noch übrig, weil zwei von fünf haben wir ja jetzt gemacht. Deku, du kannst deine anderen Sachen gerne wieder vorschlagen. Hier kommt Benjamin Engel. Dann schlage ich nochmal Alpolo-Optik vor und Sichlor wegen neuer Entwicklungen zu maxen. Gib Lauchzulot mal bitte noch Konda. Ich glaube, das habe ich gemacht. Gucken wir mal kurz nach Alpolo-Optik oder Sichlor. Machen wir erstmal Alpolo. So, Gengar ist eins gemaxed, was ich auch immer als Mega-Entwicklung nehme. Alpolo. Hä? Da haben ja manche, na, das ist ja jetzt doof, da haben ja manche Nebulak einfach schon viel mehr WP als dieses Alpolo. Aber wir sind ja schlau und pushen trotzdem einfach dieses Alpolo. Da wird mir viel mehr Staub und viel mehr Bonbons ausgeben. So, Alpolo auf 2.219, Dunkelklaue Spukball. Richtig gutes Moveset. Hallo, Alpolo, was ist los mit dir? Level 50, drückt mal hier rein, ist jetzt da und schon hängt er hier oben rum über allen anderen. Das heißt, Sichlor ignoriert. Zwei Vorschläge haben wir noch. Genaya, meine Vorschläge diesmal Diktri, Pikachu, Endon, Zubiris. Diktri, das weiß ich gar nicht, wieso man das vorschlägt. Wir haben doch letztens das mit den Haaren gemaxed. Wir haben das mit dem Hut gemaxed. Wir haben das ohne Hut nicht gemaxed. Aber, das heißt, wenn wir Diktri haben, müsste man eigentlich einen Diktar auch mal maxen. Aber welches? Welches maxed man denn dann? Das mit Haare oder mit ohne Haare? Das ist mir zu kompliziert. Ich gucke lieber mal, was ich noch für Vorschläge hatte. Pikachu, Endon, Zubiris. Zubiris? Zuborges, Zubiris. Hammer, schon gemaxed. Endon, ist, glaube ich, leichter. Thomas wollte damals unbedingt, dass wir Endon maxen. Boah, jetzt wird es kompliziert. Also, Endoron ist gemaxed. Endon ist nicht gemaxed. Hat 272 XL. Bräuchte also noch 24. Das müssen wir aber jetzt umwandeln. Bonbon zu XL. Ich brauche 24. So, jetzt tausche ich 2400 Bonbons um. Damit ich 296 XL habe und das komplett maxen kann auf 1250 Level 50. Und jetzt haben wir keine XL und gar nichts. Können wir hier wenigstens den Level 50 Tag dranschreiben. Endon, auch gemaxed. Gut, Aquaknarre, Psystrahl. Wie der Schilling jetzt, der wieder komische Geräusche macht. Und ein letztes haben wir noch von der Frau Wöllner. Lauchzilot mit der Lanze. Machen wir aus dem Lauch eine Soupe. Und aus der Lanze ein Nanzilot. Gut, war kein Vorschlag dabei. Keulwaff. Dr. Saox. Keul. Keulwaff. Der meint natürlich den Koffer. Keulwaff. Walf. Waff. Wir haben schon ein Coaff. Ein Coaff auf 50. Ein zweites auf 50 machen. Es ist ja keine Vorstufe. Es ist ja nur eine andere Form. Ich weiß nicht, wie man das meldet. Also, Coaff. Kaffwaff. Co. Der Typ ist auf jeden Fall schon fertig. Lux. Jetzt haben wir User. Dings. Ist das jetzt der Borki? Ich weiß es nicht. Es könnte der Borki sein. Lux. Traum. RaSav. Da gucke ich als allererstes nach RaSav. Weil Generation 1 RaSav ist. Gemaxed. Zack. Mankey ist nicht gemaxed. Pass auf. Ich maxe Mankey hinterher. Dass wir auch diese Kando-Familie voll haben. Das also auch. Mankey jetzt den Level 50. Tag dran. Bitteschön. Mankey auch fertig. Das war dann an sich alle. Dieses RaSav beendet dann die Folge. Was habt ihr zuletzt gemaxed? Was habt ihr für Ideen für Max Out Monday? Die, die nicht dran waren jetzt, schreibt eure Vorschläge bitte nochmal drunter. Die, die dran waren, aber noch weitere Vorschläge haben, schreibt sie nochmal drunter. Ich bin mal gespannt, ob es irgendein geniales Titel-Pokémon gibt fürs nächste Mal. Was aktuelles. Oder Viridium. Weil das muss ich gucken, dass ich das jetzt auch noch unterkriege. Kyurem ist bei mir auch schon gemaxed. Aber mal gucken, wenn ich genügend XL nochmal zusammenkriege. Vielleicht durch Raid Mania oder so. Könnte man da auch nochmal ein zweites Maxen. Aber eigentlich ist er schon eins fertig. So. Das war's von meiner Seite aus. Heute Abend, 20 Uhr, gibt's kein Chill mit Ramses. Aber eine Premiere mit Hannes. Ein Chili-Wettessen. Chili-Schoden. Wettbewerb. Schärfe-Dings. Eskalation. Brutal. Der Tag, an dem es uns danach so schlecht ging wie noch nie. Wir hatten solche Schmerzen und das war wirklich schlimm. Und warum, das seht ihr heute Abend, 20 Uhr. In der Premiere könnt ihr euch angucken. Bis dahin. Peace out for out. Euer Ramses.